Warum ist Wohnen jetzt so teuer? Das wiederhole ich mich, weil es einfach die Summe der Steuern und Auflagen ist. Aber ich sage andere Branchen, wenn du zum Beispiel ein Fotoapparat kaufst, kannst du die Produktion auslagern, da können die Leute weggehen aus Österreich. Aber der Bau selbst wird direkt hier produziert und die Kostenexplosion der Auflagen und Steuern können hier nicht ausgelagert werden. Also hier wird einfach Hand angelegt, jede Wohnung ist Handarbeit und die Hohensteuer auf Arbeit treffen wir dann direkt den Endkonsumenten.